Heute ist schon Tag 15 von Defemorember, deiner täglichen Ephemera-Inspiration im Dezember. Und wenn ich mir anschaue, was ihr so auf Social Media alles postet, dann glaube ich, ihr seid auch schon, genauso wie ich, in diesem Defemorember-Wahnsinn angekommen, oder? Das ist schon so wie so ein Zustand inzwischen geworden. Und nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch heute wieder ein Ephemera für unser Junk-Journal gestalten. Und wie jeden Tag im Defemorember findest du auch heute ein Video auf Barbaras Kanal, 49 Dragonflies, mit einer weiteren Idee zum heutigen Prompt. Hallöchen, ich bin Luise Heinzel. Schön, dass du da bist. Heute lautet der Prompt von unserer Defemorember-Prompt-Liste Metal und Photo, also Metall und Foto. Und in unserer Papiertüte mit der Nummer 15 finden wir wie jeden Tag ein Tier, was wir heute verwenden können, und einen internationalen Snack. Holen wir das hier mal raus. Äh, so. Irgendwie passt das zusammen, der Snack und das Tier. Nun gut. Flamingo ist unser Tier für heute. Und das hier dürfte den allermeisten von euch geläufig sein. Ein Kinder-Joy-Ei. Barbara hat hier drauf geschrieben, Germany und Austria, also Deutschland und Österreich. Das sparen wir uns mal für später auf. Für die allermeisten von euch wird das nicht so eine große Überraschung sein. Aber natürlich gehören auch solche Snacks zu unseren internationalen Snacks dazu. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir meine Farbpalette für heute angucke, dann werde ich dieses Ei ziemlich schnell brauchen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es heute ein bisschen messy werden könnte. Also, wenn ihr auf rosa nicht klarkommt, dann legt euch besser irgendwas auf euren Schreibtisch, weil es könnte sein, dass es ein bisschen ausartet. Ich werde die Prompts erstmal für eine Weile ignorieren für heute, denn ich möchte mich zuerst mit dem Flamingo beschäftigen. Ich habe mir gedacht, ich möchte gerne einen Flamingo auf eine Doppelseite hier machen. Und ihr seht schon, mein Journal ist inzwischen schon so dick geworden, dass ich mir etwas drunter legen muss. Und mein Buch hier, achtet bitte nicht auf den Titel, der hat mit dem die Femremba nichts zu tun, ja. Steht in keinem Zusammenhang. Mein Buch war aber nicht dick genug, habe ich mir noch ein zweites drunter gelegt. Und was ich hier versuche zu sagen ist, wenn ihr das auch machen wollt und ihr wollt auch so eine Doppelseite in eurem Journal verwenden, dann stellt bitte sicher, dass die Oberfläche ganz glatt ist oder eben so waagerecht wie möglich. Weil ich möchte jetzt meine Hand gleich da drauf pressen, weil ich den Körper meines Flamingos mit meiner Hand drucken möchte. Und ihr seht schon, ich brockel da mit meinem einen Finger unter meinen anderen Fingern so rum, um festzustellen, wie viel Luft da dazwischen ist. Wenn ihr ein sehr dickes Journal habt, dann kann es sein, dass ihr eure Hand nicht flach auflegen könnt, wenn das Journal ganz normal am Tisch liegt. Also ihr müsst euch da dann irgendwas drunter legen, sodass ihr da nicht euch alles versaut, weil ihr habt halt nur einen Versuch, ja. Wenn ihr das da drauf drückt, dann ist es da. So, ich habe mir jetzt hier den Flamingo nochmal angeguckt und ich habe mir gedacht, meine Fingerspitzen sollen später sowas wie ein abstrakter Schwanz von dem Flamingo werden. Also ich möchte das so hier ungefähr positionieren, sodass auch das Hinterteil von dem Flamingo auf der rechten Seite ist, wo der Hintergrund ziemlich laut ist und der Kopf soll eher links auf der ruhigeren Seite hinkommen. Ich habe mir hier Saltwater Tuffy als Farbe ausgesucht. Ich habe hier einmal das Spray Stain und das Oxide Spray. Ich wünschte, ich hätte Kitsch Flamingo. Das wäre vielleicht noch ein bisschen passender für so ein Flamingo, aber ich glaube, Saltwater Tuffy geht auch ganz gut. Deswegen werden wir das mal versuchen. Jetzt schütze ich mir hier einfach meine Unterlage bzw. meinen Journal, damit ihr in der Kamera sehen könnt, was ich mache. Wenn ich das jetzt ohne Kamera machen würde, würde ich meine Hand nicht übers Journal halten, ja. Das mache ich jetzt, also diese Risikobereitschaft habe ich jetzt nur wegen euch sozusagen. Und jetzt sprühe ich mir das hier erstmal auf meine Hand. Das schaut jetzt erstmal aus wie ein ganz schrecklicher Unfall. Auch wenn man darüber natürlich keine Witze macht, aber ich habe gedacht, oh mein Güte, meine Güte nochmal. Wie schaut das jetzt bitte in der Kamera aus? Das schaut ziemlich übel aus. Aber nichtsdestotrotz machen wir das Oxide Spray jetzt auch noch da drüber. Das ist ja dann später unten, ne. Also jetzt, wenn ich meine Hand gleich auf die Seite drücke, habe ich unten das Oxide Spray und oben das Spray Stain. Andersrum wäre nicht ganz so sinnvoll. Und jetzt drücke ich mir das hier so drauf und ich drücke auch nochmal zusätzlich meine Hände da so runter. Also mit der einen Hand die andere Hand runter sozusagen, die Handfläche vor allen Dingen, weil eben dieser Schlitz da ist. Dann warte ich ein bisschen, bis das in die Seite eingezogen ist und nehme das wieder hoch und habe hier mal sowas. Schaut erstmal ein bisschen aus wie im Kindergarten, aber wartet bitte ab. Aber ganz ehrlich, wie ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, uiuiui, was soll daraus werden? Aber das wird später total cool werden. Das entwickelt sich zu einem, sagen wir mal, abstrakten Flamingo-Getüdel. Jetzt habe ich mal geguckt auf der anderen Seite hier. Es kommt so ein kleines bisschen durch. Wenn ihr das nicht haben wollt, versiegelt euch bitte die Seite vorher mit irgendwas, einem Spray fixativ oder sowas. Dann passiert euch das nicht. Aber das ist ein Junk Journal und ich mag das ganz gerne, wenn es auch so ein bisschen auf die anderen Seiten durchblutet, wenn es nicht zu krass viel ist. Nachdem das getrocknet ist, schaut das so aus. Hier auf der linken Seite sieht man diese wunderschöne Schablonierung durch, die Barbara da auf das Papier gemacht hat. Das finde ich schaut total interessant aus. Und auf der rechten Seite habe ich hier das Problem, wie ich schon vorher gesagt habe, der Hintergrund ist sehr laut. Und dieses Oxide- und Ink-Gemisch, das deckt mir nicht genug ab. Also meine Hand kommt mir nicht genug zum Vorschein. Deswegen nehme ich mir jetzt Acrylfarbe und zwar diese Distress-Paint hier. Ihr könnt natürlich auch jegliches anderes Medium nehmen. Ihr könntet auch von Anfang an schon das mit Acrylfarbe drucken. Dann hättet ihr wahrscheinlich eine bessere Deckkraft als mit den Oxide-Farben. Aber ich habe das hier mit den Oxide-Farben, mit den Distress-Farben. Was rede ich hier? Wenn ihr von Anfang an Acrylfarbe nehmen würdet, hättet ihr eine bessere Deckkraft als mit der Tinte, der Oxide-Tinte und irgendwelchen anderen tintenartigen Medien. Also wisst ihr, was ich meine? Weil das ist ja teilweise ein bisschen durchscheinend. Das Oxide deckt zwar besser ab, aber auf diesem Kaffee-gefärbten Papier scheint der Hintergrund natürlich trotzdem noch durch. Deswegen nehme ich jetzt zusätzlich Acrylfarbe, aber nur so, dass das auf den rechten Teil kommt. Weil der linke Teil, wo das schablonierte ist, das gefällt mir ja schon gut. Also warum soll ich da drüber drucken? Dann wäre es ja weg. Hier drücke ich jetzt also meine Hand nochmal drauf. Dabei bin ich mit meinem Zeigefinger ein bisschen abgerutscht. Mein Bruder hat immer zu mir früher gesagt, du hast so Wurstefinger. Also wenn man das hier sieht, dann glaube ich, hat er recht. Schaut ein ganz kleines bisschen eigenartig aus. Aber das macht nichts. Wir sind Junkjournaler, also verwandeln wir diese Hand in einen Flamingo. Wir kriegen das hin. Jetzt habe ich mir hier die Karte nochmal rausgeholt und festgestellt, dass dieses Bild zwar einen groben Anhaltspunkt bietet, aber kein wirklich gutes Referenzbild eigentlich ist, weil das muss jetzt irgendwie so ein bisschen abstrakt werden. Das muss irgendwie aussehen wie ein Flamingo, aber ich kann mich jetzt nicht, wer weiß, wie hier an diesem Bild orientieren. Was ich aber getan habe, ist mir anzugucken, wo der Hals entlang geht. Also der Rücken ist ja hier und dann geht der Hals so weiter runter und der Kopf ist aber höher, als der Rücken ist. Deswegen habe ich oben links in der Ecke angefangen, den Kopf so hoch wie möglich gesetzt, zu der Ecke der Seite hin. Und dann habe ich das so grob mir erstmal mit dem Bleistift da anskizziert. Ich habe deshalb den Bleistift genommen, damit ich das im Notfall wieder wegradieren kann. Wenn ihr ganz professionelle Flamingo-Maler seid, dann könnt ihr das natürlich auch gleich mit Farbe machen. Geht natürlich auch. Aber ich war mir da unsicher, wie das aussehen wird. Ich konnte mir das am Anfang nicht so richtig vorstellen. Und deswegen habe ich das mit dem Bleistift erstmal vorgezeichnet. So. Und dann habe ich mir hier nochmal die Paint genommen. Und damit male ich jetzt erstmal den Hals aus. Und zwar deshalb mit der Paint und nicht in etwa mit der Oxatinte oder so, weil ich einen Zusammenhang zu den Fingerspitzen kriegen wollte. Das schaut jetzt ja beim Kopf anders aus als beim Schwanz. Und nein, das ist nicht richtig. Das schaut beim Kopf jetzt gleich aus wie beim Schwanz und in der Mitte anders. Versteht ihr, was ich meine? Und so gibt es wie so einen kleinen Rahmen da drumherum von den Medien gesehen. Ich weiß nicht, ob das in eurem Kopf Sinn macht. Ich wollte einfach, dass das auch vor allen Dingen gut abdeckt. Und dass ich dann nicht mehr weiß, wie um ein Anfuchteln muss, das anzumalen. Dann habe ich dann noch so ein kleines Auge und den Schnabel dran gemacht. Und da habe ich gedacht, das schaut doch irgendwie ganz cool aus, oder? Der Knick da in dem Hals, der gefällt mir besonders gut. Also habe ich gedacht, okay, so können sie das weitergehen. Aber dieser kleine Geselle hier, der braucht irgendwie Beine, weil ohne Beine schaut das ein bisschen komisch aus. Jetzt war mein Daumen von der Hand ja da unten drauf, oder? Also der hat ja da quasi so eine Feder runterhängen oder was auch immer das sein soll, wo eigentlich die Beine sein müssten. Deswegen habe ich die Beine jetzt in schwarz gemacht, weil wenn ich rosa genommen hätte, hätte das ja ganz komisch ausgesehen. Hätte man die vielleicht gar nicht gut gesehen. Die bleiben aber sowieso nicht da, also von daher ist das auch gar nicht ganz so schlimm. Auf der Promptliste steht außerdem Foto. Und deswegen habe ich mir diese Bäume hier genommen, diesen Baumdeik hat. Und die möchte ich jetzt aus dem Foto ausstanzen. Das ist ein Foto, was ich persönlich nicht, wer weiß, wie doll mag. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor das da ewig rumliegt, kann ich das ja auch dafür verwenden, oder? Ich kenne zwar die Frauen nicht, die auf diesem Bild drauf sind, aber ich mag dieses Foto einfach nicht leiden. Und da habe ich mir gedacht, das könnte cool aussehen, wenn man das da draus ausschneidet. Und dann irgendwie da so in den Bauch von dem Flamingo reinmacht. Das war ursprünglich mein Plan. Und deswegen habe ich mir das mal hier genommen und das ausgestanzt. Und zwar so, dass die Köpfe nicht auf dem Bäum sind. Ja, also die Köpfe habe ich quasi abgeschnitten, dass nur der untere Teil von dem Foto in diesen Bäumen ist. Und ich finde, das schaut ganz interessant aus. Wenn ich das aber jetzt hier so drauflege, dann gefällt mir das einfach nicht mehr. Also ich habe lange hin und her überlegt, kann das so gehen, kann das so nicht gehen? Und dann habe ich gedacht, irgendwie schaut mir das nicht künstlerisch genug aus. Also wisst ihr, das schaut jetzt so aus, als wenn da ein Hintergrund war, der ja auch da war. Dann hat man da mit seiner Hand so drauf gedrückt und dann ist da so ein Flamingo. Ja, also ganz ehrlich, da so ein Kindergartenkind könnte das besser. Also habe ich gedacht, wir nehmen uns erstmal hier so einen schwarzen Stift. Das ist einfach so ein schwarzer Posca-Pen und umranden diesen Flamingo. Weil ich wollte so eine Art dudelige Optik haben, damit der auch mehr aus der Seite rauskommt. Deswegen bin ich jetzt erst einmal komplett um die ganzen Umrisse drum herum gefahren mit diesem schwarzen Stift. Und jetzt furchtel ich hier mit meiner Hand so rum, weil ich mir dann überlegt habe, ich könnte doch eigentlich noch mehr Flamingos dahin drucken. Vielleicht so Babys von dem anderen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, nicht mit der Handfläche komplett aufzupressen und zu drucken, sondern nur mit dem Handballen. Hätte ich mit der Hand aufgedrückt, dann wären ja überall noch mehr Finger gewesen. Also ja, pro zusätzlichem Flamingo wären nochmal diese Finger gewesen. Und ich glaube, das hätte total wuselig ausgesehen. Wobei, ihr könnt es selbstverständlich mal ausprobieren. Postet das gerne irgendwo, wenn ihr das ausprobiert habt. Das würde mich mega interessieren, wie das aussehen könnte, wenn man ganz viele Hände da hat. Aber dann hätte man das vielleicht von Anfang an so planen müssen. Was ihr hier seht, ist mein Prozess, den ich hatte, während ich das gemacht habe. Und ich habe das nicht, wer weiß, wie gut planen können, weil ich mir das nicht gut habe vorstellen können vorher, wie das aussehen könnte. Bevor ich jetzt die Babyflamingos dahin drucke mit meiner Hand, klebe ich hier noch ein paar Schnipsel auf. Das hier ist auch ein Papierchen, was Barbara mir geschickt hat, von den ganzen Schnipseln, die sie mir da geschickt hat. Und damit habe ich jetzt erstmal diesen Flamingo im Hintergrund so ein bisschen durchbrochen. Also ich wollte, dass der wirklich im Hintergrund auch aussieht. Und ich finde, das ist ein ganz guter Trick, wenn man ein paar so Schnipsel nimmt und die einfach so ein bisschen da drüber klebt und auch diese schwarzen Linien so ein bisschen durchbricht. Die Hand kann man immer noch erkennen, finde ich. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das seht, ob ihr die trotzdem noch erkennen könnt oder ob ich das da gerade zerstört habe. Aber für mich war die trotzdem noch da. Und jetzt habe ich mir nochmal diese Distress Paint, also diese Acrylfarbe, auf meine Hand gegeben. Aber wie gesagt, jetzt auf meinen Handballen. Und dann ist das ganz Interessantes passiert. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn ich das jetzt da hinmache. Also ursprünglich habe ich gedacht, das wird der Körper. Und ich male auch einen Hals und einen Kopf dran. Und als ich jetzt aber das hier gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal, hier unten ist ja jetzt der Schnabel. Ja, also das schaut jetzt so aus, als würde der nach rechts gucken. Und da unten ist jetzt der Schnabel. Und der guckt so ein bisschen zum Boden hin, sozusagen. Und nach rechts zur anderen Seite. Da habe ich gedacht, okay, dann sehen eben die Babyflamingos anders aus, als dieser erwachsene Flamingo im Hintergrund. So, das ganz rechts schaut ein bisschen aus wie so ein Nasenbär, aber, oder wegen so einem halber Elefant oder sowas. Aber das werden wir jetzt noch in einen Flamingo umwandeln. Und hier bin ich jetzt mit meiner gleichen Idee weiter fortgefahren. Und ich habe mir jetzt wieder meinen schwarzen Posca-Pen genommen und bin einfach um diese Form, die meine Hand mir da gemacht hat, drum herum gefahren. Und dann, wie ihr seht, am Innenteil vom Hals sind da auch so kleine, wie sagt man, so kleine Fuzzlegestellen. Also so ein bisschen so Einbrüche oder sowas. Die habe ich genau so gemalt, wie meine Hand die mir gegeben hat. Weil ich mir gedacht habe, das schaut dann irgendwie künstlerisch aus. So, ne? Also wie so ein gedudeltes Bild tatsächlich aussehen würde. Und dann habe ich denen noch die Schnäbel schwarz gemacht. Und da bin ich dann auch auf was gekommen. Ich habe zuerst den linken gemacht und jetzt mache ich da gerade den mittleren. Und bei dem mittleren bin ich drauf gekommen, wenn dieser Bogen, wo der Schnabel aufhört, in der falschen Richtung steht, dann schaut das komisch aus. Bei dem linken ist der Bogen quasi vom Auge weg, ja? Und bei dem rechten ist der jetzt wie so ein Zeh zum Auge hin. Und ich finde, der linke schaut total garstig und unproportional irgendwie ganz komisch aus. Und der rechte hat mehr Proportion und mehr irgendwie sowas Realistisches. Auch wenn es abstrakt ist. Also wisst ihr, was ich meine? Bei dem da ganz oben habe ich das intuitiv richtig gemacht. Aber bei dem anderen hier, seht ihr, das geht in die falsche Richtung. Dadurch wird der Kopf so komisch lang und dadurch wird der irgendwie eigenartig. Der schaut auch nicht mehr so putzig aus. Und jetzt habe ich das mal versucht, habe das einfach andersrum gemacht, diesen Bogen. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr, dass das auf einmal komplett anders wirkt? Total seltsam, was solche Kleinigkeiten ausmachen können. Und dann habe ich mir diese Karte nochmal angeguckt und habe gedacht, irgendwie, ich brauche da so ein bisschen so Highlights. Und außerdem sind die Augen, glaube ich, zu weit weg von dem Schnabel. Und auf dem Bild ist der Schnabel auch so in so einem Rosaton und ein bisschen nur schwarz. Es gibt sehr viele verschiedene Abbildungen von Flamingos. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen. Je nachdem, wie die gemalt sind, schauen die ein bisschen unterschiedlich aus. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache hier so ein weißes Highlight drüber und setze das Auge mit in das Weiße rein, so halb. Das hat hier erstmal eine Weile gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass ich hier einfach drüber malen kann und das Auge nochmal nachmalen kann. Ich muss da jetzt, ich habe da erst irgendwie voll rumgefummelt, dass ich um das Auge drumherum malen konnte, aber das ist ja total überflüssig. Wenn einem das auffällt, dann kann man mit so einem Posca-Pen einfach drüber malen und das Auge später nochmal hinmalen und fertig. Dieser Posca-Pen ist einer der wenigen weißen Stifte, von denen ich wirklich überzeugt bin. Ich habe lange überlegt, kaufe ich mir den oder kaufe ich mir den nicht und irgendwann habe ich es dann mal gewagt, weil sehr viele, gerade auch im Bereich des Art-Journalings, davon mega begeistert sind und die sagen alle, ja, das deckt so wahnsinnig gut ab und das tut er tatsächlich. Hier in diesem Video habe ich das natürlich gerade aufgetragen. Ich weiß ja, wie die Seite jetzt aussieht. Also es ist auch über Nacht, wenn es komplett durchgetrocknet ist, weiß geblieben und das ist, finde ich, sehr, sehr cool. Und um die jetzt noch so ein bisschen dreidimensionaler wirken zu lassen, oder was heißt dreidimensionaler, aber, wie sage ich mal, mir waren die irgendwie zu platt. Also die sind mir nicht genug aus der Seite rausgestochen irgendwie. Habe ich gedacht, ich könnte vielleicht versuchen, mit diesen Kreiden hier, das sind die Distress Cranes von Ranger, so ein bisschen so einen farblichen Übergang zu schaffen, zwischen hell und dunkel, eben, dieser Flamingo-Farbe. Da habe ich mir jetzt die Farben rausgesucht, wo ich gedacht habe, das passt am besten. Dieses hier ist Spun Sugar. Damit bin ich jetzt erstmal an den Stellen entlang gegangen, wo es am hellsten meiner Meinung nach sein müsste. Das sieht man auf der Saltwater Tuffy-Farbe nicht, wer weiß, wie gut. Aber später, wenn das verschmiert ist, dann seht ihr, dass das gut aussieht. Also, dass man den Unterschied auch sieht. Als nächstes nehme ich dann Pick Raspberry und fahre da auch nochmal so entlang, also direkt an dem Spun Sugar von vorher entlang. Und dann Festive Berries ist meine letzte Farbe. Und diese habe ich jetzt erstmal da so rumgekritzelt, weil ich, wie gesagt, das Saltwater Tuffy auf gar keinen Fall komplett überdecken wollte. Sondern ich möchte, wenn ich das jetzt gleich verschmiere, dass man das Saltwater Tuffy von ganz am Anfang immer noch sieht, weil das ist eigentlich meine Grundfarbe und die Grundidee von der Farbe her hinter diesen Flamingos. Und dann bin ich einfach mit dem Finger darüber gegangen und habe das verschmiert. Was man im Video nicht sieht, ich habe natürlich zwischendurch meinen Finger immer wieder sauber gemacht. Ihr seht, wenn meine Hand so nach unten zuckt, dann habe ich da so einen kleinen Lappen liegen gehabt und habe mir das immer wieder sauber gemacht, damit ich mir nicht die Farben an dem Finger in die anderen Bereiche schmiere. Und jetzt schaut das Ganze so aus und ich finde, es ist jetzt irgendwie lebendiger geworden. So, und dann seht ihr ja hier diese graue Linie, ne? Diese graue Linie, die jetzt durch das erste Baby links geht. Die war ursprünglich Teil von dem Hals von dem ersten Flamingo, wo ich da hingemalt habe. Und ich möchte jetzt aber diese Linie verschwinden lassen, weil die nicht so schön aussieht, wenn die so grau ist. Das sieht so rüber gemalt aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse sie jetzt Teil des oberen Flamingos werden, indem ich sie weiß mache. Ich finde, das schaut mega cool aus. Und ich habe mir dann auch noch die anderen Flächen hier, nicht Flächen, Linien gesucht, mit denen ich die Flächen vorher umrandet hatte. Ja, also da zum Beispiel in der Mitte hier war bei meinem ersten Handabdruck keine Farbe hingekommen. Und deswegen hatte ich da mit Schwarz drumherum gedudelt. Und diese Linie habe ich jetzt einfach mit weiß überfahren. Und so haben die dann so coole, ja, ich weiß nicht, ob man das schon Doodle nennen kann, aber auf jeden Fall coole Muster bekommen auf den Körpern, sodass die dann nicht ganz so platt aussehen, trotz dieser Kreide, die wir davor benutzt haben. Ich finde, die kriegen da nochmal so ein bisschen was Interessantes zusätzlich. Und um die noch mehr zum Leben zu erwecken, habe ich jetzt weiße Spritzer gemacht, auch um die ein bisschen in den Hintergrund mehr zu integrieren. Ich möchte, dass sie rausstechen natürlich aus dem Hintergrund, aber ich möchte nicht, dass der Hintergrund aussieht, als würde er nicht dazugehören. Und ich finde, diese weißen Spritzer, die haben da sehr viel getan dafür. Und jetzt stehen die natürlich immer noch in der Luft, also die haben immer noch keine Beine. Und dann auf einmal kam mir die Idee, warum machen wir da nicht so ganz lustige Beine? Also, ich habe meine Seite später Gerry gezeigt und habe gesagt, schauen die lustig aus? Und dann hat er gesagt, das ist eine schöne Seite, aber lustig sehen die jetzt nicht aus. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich diese Beine da dran gemacht habe. Und ich hoffe so sehr, dass vielleicht ein paar Menschen da draußen sind, die das auch lustig finden, so wie ich. Ich hatte so viel Spaß, diese kleinen dünnen Beinchen da dran zu malen. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Bitte, sagt mir, was ihr davon haltet. Die schauen so lustig aus. So, ja, jetzt haben wir hier die Bäume. Und ursprünglich war ja mein Plan, und das war aber, bevor ich die Babys da in den Vordergrund gemacht habe, ursprünglich war mein Plan, diese Bäume in den Bauch von dem ersten Flamingo zu setzen. Ich weiß nicht, ich hatte da irgendwas vor meinem inneren Auge, was gut ausgesehen hat. Bloß, das funktioniert natürlich hier jetzt überhaupt nicht mehr, weil der Bauch ist jetzt ja verdeckt von den anderen Flamingos. Und jetzt habe ich da hin und her überlegt, wie ich das machen könnte, weil ich wollte unbedingt diese Bäume dazu haben, weil diese Farben von dem Foto, ich finde, das ist eine mega coole Kombination mit diesen Pink- und Rosatönen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, die einfach auseinanderzureißen und die an die Kanten von den Seiten zu setzen, sodass die da so wild in die Seite hineinwachsen. Ja. Was haltet ihr davon? Also ich finde das auch nicht schlecht, wenn das so aussieht, als wenn die Flamingos hinter den Bäumen so hergucken würden. Also gerade oben rechts der Baum, finde ich, der durchbricht da nochmal so ein bisschen diesen etwas eigenartigen Hals von dem Flamingo, finde ich, schaut nicht schlecht aus. So, und dann habe ich mir hier noch was ausgedruckt, weil ich gedacht habe, irgendwie hat diese Seite keine Funktion. Ich habe mir diese Briefumschläge hier ausgedruckt. Falls ihr euch wundert, wo die herkommen, die sind aus einem digitalen Papier von Barbara von 49 Dragonflies. Hier seht ihr das in Originalgröße. So schaut das aus. Das heißt Vintage Envelopes. Und ich hatte da ein kleines Gespräch mit Barbara, weil ich mir gedacht habe, wenn ihr das auch machen wollt, dann wäre es doch irgendwie ganz cool, wenn ihr da vielleicht auch so ein kleines Goodie bekommen würdet, oder? Also habe ich mit ihr da so einen kleinen Deal abgeschlossen. Ihr könnt auf dieses Printable 50% Rabatt bekommen mit diesem Code hier. Ein weiteres Goodie von uns für euch, also genau genommen von ihr für euch, ja. Als kleine Überraschung könnt ihr das bekommen. Der Shop-Link befindet sich unten in der Infobox. Ihr braucht einfach nur diesen Code eingeben am Ende von der Bestellung. Dann werden euch automatisch 50% abgezogen. Ihr stellt hier auf den ersten Blick fest, dass meine Umschläge wesentlich kleiner sind als das Original. Es liegt daran, dass ich die einfach kleiner ausgedruckt habe. Und dann habe ich die ausgeschnitten, so wie es vorgesehen ist, und zusammengeklebt, sodass wir jetzt hier so kleine Täschchen haben. Weil ich will keine Art-Journal-Seite hier in meinem Junk-Journal haben. Nicht, dass ich das nicht schön fände, aber es ist ein Ephemera-Ideen-Journal. Also habe ich gedacht, das muss eine Funktion haben. Ich brauche Taschen oder irgendwas. Zusätzlich habe ich dann die Bäume noch ein bisschen Silber embossed, während ich kurz weg war und die Umschläge ausgedruckt habe. Aber nur an den ganz äußeren Stellen sozusagen, damit wir da auch noch so ein bisschen so einen Metall-Effekt haben. Weil Metall steht ja auch auf der Prompt-Liste. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie ihr, sagen wir mal, eine Metall-Optik erzeugen könnt. Ist ja kein echtes Metall, ist klar, ist Embossing-Pulver. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Optik reicht ja schon aus, um einen Prompt auch zu erfüllen. Oder um auf, was heißt erfüllen, das hört sich so an, als wenn man irgendwelche krassen Vorgaben oder sowas hätte. Es soll ja nur eine Idee anregen, so ein Prompt. Das soll ja kein Zwang oder irgendwas sein. Und jetzt habe ich mir diese Umschläge hier angeguckt. Und ich habe die ja bewusst so zusammengeklebt, wie sie von dem Printable von Barbara vorgesehen sind. Ich habe diese Flaps hier genommen und habe die nach hinten geklappt. Und dann diese Rückseite, die sie da auch hat, hinten einfach draufgeklebt. So erhaltet ihr so kleine Taschen, die aussehen wie Briefumschläge. So. Und dann habe ich gedacht, die Rückseite ist so wunderschön. Ich will das doch jetzt nicht einfach da draufkleben. Dann sieht man ja die Rückseite nicht mehr. Das ist ja vollkommen bescheuert. Dann hätte ich es ja gar nicht so zusammenkleben brauchen. Also ich habe mir das schon vorm Zusammenkleben überlegt, dass ich das so machen will, wie ich das machen werde. Weil ich habe gedacht, das soll man als Briefumschlag noch erkennen können. Und es soll eine kleine Tasche sein. Deswegen werden wir jetzt hier eine kleine Befestigungskonstruktion uns bauen. Aus diesem blauen Linentape. Das ist von Tim Holz. Und ich finde, dieses Blumenmuster, das passt wunderbar zu dem Hintergrund. Dieses leichte Blau, was da drin ist, kommt auch in ähnlicher Form auf der Seite vor, die Barbara rechts schon vorher gestaltet hat, auf der rechten Seite. Da hat sie auch so ein Blau draufgegeben und ich finde, das passt perfekt zusammen. Und davon schneide ich mir jetzt einfach so ein kleines Stück ab. Und das werde ich hier oben wie so ein kleines Scharnier dran kleben. Das kommt da so dran. Also das ist selbstklebend, dieses Klebeband. Und da ist hinten so ein, das ist wie doppelseitiges Klebeband. Nein, das stimmt jetzt auch nicht, oder? Doppelseitiges Klebeband klebt von beiden Seiten. Aber wie ihr von doppelseitigem Klebeband dieses zum Abziehen kennt, so ist das bei diesem Linentape auch. Das auf so einer Rolle und hinten drauf ist einfach so eine gelbe Trägerfolie, die ihr abziehen könnt. Und dann klebt das Bombe. Und das ist auch total stabil. Ist jetzt für so ein mini kleines Teil vielleicht nicht unbedingt so mega notwendig, dass das, wer weiß, wie stabil ist. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher anzubringen, wenn das schon von alleine klebt, als wenn ihr auf Stoffstreifen irgendwelchen Kleber drauf machen müsst. Dann muss man da Ewigkeiten warten, bis das getrocknet ist. So finde ich das viel einfacher. Und jetzt kann man das so hochklappen. Und dann kann man natürlich ein kleines Zettelchen zum Beispiel zum draufschreiben nehmen oder ein kleines Briefchen oder was auch immer man hat. Irgendwelche kleinen Erinnerungen. Und die kann man jetzt in diesen Umschlag reinstecken. Dann kann man das so hochklappen. Und man kann die Rückseite natürlich auch noch dekorieren. Man kann jetzt irgendwelche Sticker zum Beispiel draufkleben oder was Kleines draufschreiben oder ein Datum zum Beispiel draufschreiben oder was auch immer. Und ich werde das für die anderen Briefumschläge gleich auch so machen. Und dann werdet ihr das nochmal ein bisschen besser im Video auch sehen können, wie sich das hochklappt. Ich bin da ein bisschen aus dem Bild. Habe ich nicht gemerkt, als ich das aufgenommen habe. Entschuldigt bitte. Ich klebe jedenfalls von innen auch noch so ein Tape drauf. Damit, wenn ich das hochklappe, nicht dieses Klebrige da durchkommt. Also wisst ihr, das mache ich immer so. Ich klebe das immer von beiden Seiten drauf. Zum einen ist das stabiler. Und zum anderen, wenn ihr das hochklappt, habt ihr ja immer, egal was ihr nehmt, die Klebefläche da unten. Und das schaut blöd aus. Zum dort hinein etwas stecken, habe ich mir diese Karte ausgewählt. Die habe ich zufällig noch gehabt. Fragt mir jetzt nicht, von wo die ist. Ich glaube, entweder ist die vom Action oder vom Teddy. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls habe ich die schon Ewigkeiten. Und ich finde die einfach wunderschön. Aber ich habe die bisher noch nie irgendwie eingesetzt, weil noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen war. Und jetzt habe ich gedacht, das passt doch total gut. Auch mit diesem Grün erweckt das nochmal so einen viel mehr Flamingoigen Eindruck. Und jetzt habe ich mir das zerschnitten. Ich habe das so gemacht, dass dieser Flamingo, der auf der Postkarte war, auf einem kleinen Teil jetzt tatsächlich auch drauf ist. Und die anderen Teile habe ich einfach so zerschnitten, dass sie ein bisschen unterschiedlich aussehen, ein bisschen distressed. Und jetzt kann ich die da in diese Umschläge reinstecken. Und dann schaut das putzig aus. Und diese Seite hat jetzt eine Funktion. Ja, also was ich vorher nicht hatte. Da bin ich total glücklich drüber. Jetzt hatten wir auf der Promptliste ja noch Metall stehen. Zwar habe ich diesen Metall-Look an den Bäumen, aber ich hatte mir vorher diese Sicherheitsnadel rausgeholt, weil ich die als Metall sozusagen benutzen wollte. Und ich hatte zuerst eine ganz andere Idee mit dieser Sicherheitsnadel. Und jetzt lag die da. Und dann habe ich mir gedacht, daraus kann man doch trotzdem noch was machen. Und deswegen habe ich mir einfach hier ein paar so Perlen genommen. Die haben zufälligerweise die richtige Farbe. Habe ich mal im Happy Mail bekommen. Vielen Dank dafür. Sehr cool, weil sowas würde ich mir wahrscheinlich freiwillig nicht kaufen, weil das eigentlich nicht meine Farben sind. Und das ist eigentlich kompletter Mumpitz, ja. Also ich habe mich jetzt so gefreut, dass ich diese Perlen da hatte und dass ich die da an diese Seite dran machen kann, weil die passen einfach perfekt dazu. Und manchmal denkt man so, ja, das ist überhaupt nicht meine Farbe, das kaufe ich mir jetzt nicht. Aber irgendwann denkt man, ich brauche jetzt flamingofarbene Perlen. Und wenn man dann welche hat, dann freut man sich einfach darüber, wie großartig diese Community ist und wie geil ihr einfach seid. Ihr seid einfach so geil. Ihr schickt einem dann mal so Sachen. Und ihr schickt auch manchmal Dinge, wo man denkt, aha, die Person will mich jetzt ein bisschen rausfordern. Und gerade das ist das Tolle da dran, ja. Gerade das ist ja das Tolle da dran, sowas zu bekommen und das dann zu benutzen. Und jetzt freue ich mich, dass das da ist. Also versteht ihr? Ich habe das jetzt einfach als kleines Highlight da so dran gesetzt, wie eine kleine Dekoration einfach am Rand der Seite. Es hat jetzt keine Funktion. Natürlich, man könnte da noch was dranhängen. Man kann da irgendwelches Gebamsel oder so dranhängen. Aber jetzt in diesem Moment hat es erstmal keine Funktion. Es dient einfach nur als Deko. Aber ich finde es total cool. Ich liebe Sicherheitsnadeln. Und wenn man da solche Perlen drauf auffädelt, schaut es einfach mega cool aus. Und dann habe ich mir hier noch dieses Mica Stain Spray genommen. Ah, welcher Farb war das jetzt? Cocktail Party, glaube ich. Habt ihr das jetzt hoffentlich gerade im Bild sehen können. Entschuldigt bitte. Wenn ich das Voice Over mache, dann erzähle ich hier so vor mich hin. Und dann kann ich manchmal die Farben, die Namen von den Farben nicht so richtig erkennen. Und die Mica Stain Sprays habe ich noch nicht so lange. Deswegen kenne ich die Farbnamen noch nicht alle auswendig. Aber ich glaube, das heißt Cocktail Party. Jedenfalls ist das so ein ganz dunkles Türkis. Türkis? Luise? Was ist denn jetzt los? Ein ganz dunkles Pink. Meine Güte nochmal. Lasst uns mal das Ei da essen. Während das trocknet, ess mal das Ei, weil, ne, ihr wisst schon, Türkis. Wobei Türkis eigentlich auch eine coole Kombination mit diesen Flamingos wäre. Aber das heben wir uns am besten mal für die Firmaramba 2023 auf. Ihr merkt schon, ich bin komplett im Wahn, ja. Also manchmal da frage ich mich schon, was denke ich? Was rede ich? Was muss ich heute machen? Also aufstehen und Kaffee trinken, das geht gerade noch so. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist schon schwierig. Schwierig war im Übrigen auch, dieses Spielzeug hier aus dem Kinderjoy zusammenzubauen. Das ist so ein kleines, wie so ein kleines Lesezeichen. Und dann haben wir hier in der anderen Hälfte, ihr kennt das bestimmt alle, ne, haben wir hier in der anderen Hälfte diese zwei kleinen Kügelchen in dieser Schokolade, die liegen da so drin. Schaut, als er es aufgemacht hat, ne, da habe ich gedacht, das schaut ja irgendwie so ein bisschen so aus, wie wenn der Flamingo gerade morgens sein Frühstück gehabt hat und dann so, wisst ihr, nach dem ersten, zweiten Kaffee muss der mal hinterm Busch und dann kommt da sowas. Ich sag ja, die Femrember waren, sowas, das fällt einem nicht ein, wenn man normal so ein Kinderjoy isst. Das fällt einem auch normalerweise nicht raus. Das fällt einem nur raus, wenn man sich denkt, ne, das trocknet jetzt hier gerade und währenddessen esse ich hier den Snack und insbesondere für die amerikanischen und anderen englischsprachigen Zuschauer erkläre ich, was an Kinderjoy ist, denn das habe ich da in dem Original-Englisch-Video getan und habe denen das erklärt, was das ist und so hier, von wegen Überraschung und so weiter und dann fällt einem das natürlich runter, ist klar, das passiert nicht, wenn die Kamera aus ist. Nur, dass ihr das auch mal wisst. So schaut das jetzt hier aus. Das ist inzwischen getrocknet und dieses Micah-Stain-Spray, das hat natürlich jetzt noch mal die ganze Sache so ein bisschen rumgerissen. Also ich finde diese pinken Spritzer, pink, Luise, nicht türkis, diese pinken Spritzer, die bringen auch die Flamingos noch mal mehr in eine Einheit mit dem Hintergrund, als sie das vorher waren. Ja, so. Das mit den Bäumen gefällt mir auch total gut. Manchmal muss man seine Dye-Cuts vielleicht auch einfach mal zerreißen. Das kann auch ganz wirkungsvoll sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, was ihr aus dieser Idee machen werdet. Und falls ihr noch wissen wollt, wie ich das hier gemacht habe mit meinem Candy Journal, ich habe das Überraschungsei, also dieses Kinder Joy, die Verpackung, durch meine Dye-Cut-Maschine geschoben, indem ich das einfach zwischen zwei transparente Platten gelegt habe. Ganz genau so, wie ich auch Thinlits ausstänzen würde. Also mit dieser dünnen Adapterplatte und zwei transparenten Platten. Einmal, zweimal, weiß ich nicht, zweimal, glaube ich, durchgefahren. Und dann ist das so platt, dass ich das hier auftackern habe können. Ich habe jetzt überlegt, wie tue ich das jetzt da rein, ne? Und dann hat man ja noch das Problem von gestern mit dieser Dose hier. Ich hatte euch gestern versprochen, ich zeige euch heute, wie ich das in das Candy Journal reingetan habe. Ich habe dann beschlossen, dass es mir zu gefährlich ist, mit einem Messer oder irgendwas diese Dose zu zerschneiden. Und auf einmal hatte ich den Geistesblitz. Ich habe einfach ein Foto gemacht von der Dose. So, ist da. Jetzt kann ich mir die Dose ins Regal stellen und mich daran erfreuen und habe das Foto da drin und weiß trotzdem, welches es war. Weil ich habe gedacht, wenn ich das hier wegschneide und da muss ich da irgendwelches Klebeband draufkleben, viel zu gefährlich. Aber ich habe trotzdem diesen Verschluss da oben abgemacht, weil ich möchte gerne etwas von dieser Verpackung tatsächlich in diesem Journal haben. So. Und das finde ich eine ganz gute Lösung. Habe ich einfach da so festgeklebt. Ja, ihr Lieben, das war es mal für heute. Vergesst nicht bitte, Barbaras Video anzuschauen, mir für eine weitere Idee zum heutigen Prompt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen zu Tag 16 von Defemoremba. wir sehen uns dann, Vielen Dank.